Mike Lanfermann ist Steuerberater. Für viele Unternehmer ist der Steuerberater der beste Sparringspartner. Oft kennt er die komplette Unternehmenssituation inklusive Umfeld. Richtige Steuerberatung ist keine Buchhaltung, sondern greift viel weiter und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmers. Bei Neugründungen oder Unternehmenskäufen beraten Steuerberater von Anfang an. Aber auch wenn Unternehmen sich verändern, ist es oft auch sinnvoll, den Steuerberater zu wechseln. Herr Lanfermann sagt, nutzen Sie Ihren Steuerberater als kostenlosen Unternehmensberater. Die klassische Rolle, die man wahrscheinlich vom Steuerberater kennt, ist einfach diese Rolle des Buchhalters oder einfach das Ausfüllen dieser Steuererklärung. Das ist sicherlich auch ein großes Arbeitsfeld eines Steuerberaters oder vielleicht auch ein Arbeitsfeld, was er wahrnimmt und was er auch anbietet. Aber genau, was du gerade gesagt hast, ist es normalerweise ja viel, viel mehr. Der Steuerberater kennt ja im Regelfall die persönlichen Verhältnisse seines Mandanten meistens sogar oft besser als die Ehefrau oder der Ehemann. Und von daher ist es auch einfach so, dass der Steuerberater mehr ist als nur Steuer, also mehr dann vielleicht auch Berater, was sich auch in dem Wort irgendwo wiederfindet. Und das auch nicht immer nur für Situationen im Leben, wo es um vielleicht betriebswirtschaftliche oder unternehmerische Entscheidungen geht, sondern ganz oft auch halt einfach für persönliche Entscheidungen, die vielleicht auch gar nichts direkt mit der Qualifikation als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu tun haben. Der Mandant muss dem Steuerberater vertrauen und aus diesem Vertrauensverhältnis heraus, was er zum Steuerberater hat, ist natürlich dann der Steuerberater auch immer der erste Ansprechpartner. Der kann nicht alle Themen lösen, das ist vollkommen klar, weil er ist halt nur ein Steuerberater. Aber er kann dann entsprechend handeln und sich dann vielleicht auch andere Personen dazunehmen, um dann zu einer Lösung zu kommen. Aber da ist es dann halt auch einfach wichtig, dass der Steuerberater ein entsprechendes Netzwerk hat, auf das er zurückgreifen kann und Leuten, denen er da vertraut. Und dann kann er halt für den Mandanten das Beste herausholen. Super. Lieber Mike, warum tust du, was du tust? Was ist deine Geschichte? Wenn man wahrscheinlich irgendwie mal Jugendliche fragt, was willst du mal werden, da werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ich möchte mal Steuerberater werden. Aber bei mir war das in der Tat wirklich so. Ich habe, also eine kleine Anekdote, ich habe mein Schulpraktikum in der 9. Klasse beim Steuerberater gemacht. Um die Jahrtausendwende herum, das können sich vielleicht viele noch erinnern, da war der Aktienhype da. Und dann habe ich gesagt, ach, ich springe da mal auf und mache mal eine Bankausbildung. Aber am Ende der Ausbildung habe ich dann doch gemerkt, nee, ich gehe wieder zurück zu dem Thema Steuern. Wobei die Bankausbildung ja schon auch sehr, sehr gut war und auch für meinen heutigen Beruf sehr, sehr gut ist, weil ich viele Dinge halt auch verstehe. Weil oft ist es ja auch dann so, dass der Steuerberater dann mit zu Finanzierungsgesprächen zu den Banken geht und dass man dann auch genau die Sichtweise des Gegenübers kennt und auch genau die Sachen einschätzen kann. Warum wechseln denn eigentlich manchmal Unternehmen oder Unternehmer ihren Steuerberater? Ja, viele Unternehmer möchten natürlich gerne auch mal eine zweite Meinung haben und machen das vielleicht auch regelmäßig. Und dann hat man vielleicht auch einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel auf verschiedene Dinge. Dann ist es für den Unternehmer natürlich einfach wichtig zu sehen, was gibt es da vielleicht noch oder was kann man vielleicht noch optimieren. Und daraus kann sich dann auch mal ein Wechsel des Steuerberaters ergeben. Okay.